auslösen ist der Maschine Mikro ist ein Meter erstens zweitens wo bist du gut und ich bin froh ich hole gerade einen Hänger wenn ich weiß ich weiß nicht wo der Hänger steht wo steht der Hänger den hast du gepackt der große okay der schafft nicht unbedingt er schafft den Klammer ich hab nicht den Klammer ich hab den ich hab den kleinen Sam übrigens der große steht am Feld ich hab dir den egal ach komm jetzt fängt es schon wieder an auch gut ab ab Park ja eigentlich ist typisch das ab Park beim Hostel ja nett ist Tja aber bei mir sind Bugs bei mir sind irgendwie immer Bugs bei mir ist wieder mal die Klappe 222 ja und du bist Bani Tim 7 im und er ist bestürtlich hat sich kaum Hagen die Gubert du bist du gut okay aufnehmen du hast gesagt du willst nachher noch was aufnehmen also muss wie lange hast denn du wir haben zehn vor neun m an drei Minuten aufgenommen sind zwei Folgen sind um vier und um fünfe haben müssen wir erst von morgen auf morgen verständigt ist das eine müssen wir dann halt morgen verschieben oder so oder wann oder bis morgen ich glaube ich muss noch ein bisschen was anderes machen aber es wird sich schon einrichten lassen wird das sehen so ich komme mit dem runtergefahren dass wir weitermachen können ich schaffst du es eigentlich immer eine entsprechende Grafikeinstellung haben nein ich habe ein pc also ich habe es auf Hilfe ich habe es extra flow gestellt weil ich sonst eine framezahl von 1 habe nein weil ich sonst eine scheiß frame rate habe 30 was hast du gerade mit frame jetzt wird es gleich wieder mehr mal wieder weniger aufgenommen hat nur eingestellt maximal bei mir nimmt es gerade nur mit 9 auf 10 8 8 7 9 6 5 4 3 5 4 3 2 5 5 5 4 5 5 4 5 5 7 4 5 5 4 5 5 5 6 5 5 5 gestellt ja was bringt in deko windräder deko windräder warte lass mich überlegen ein sich rotierender leuchtender farbwechselnder weihnachtsbaum der auch musik abspielt wenn du in die nähe kommst ja gibt's auch ganz zufällig den habe ich die ganz zufällig glaube ich geschickt ja ganz zufällig nein und ganz zufällig werden wir den vielleicht auch verwenden morgen hat das jetzt alles nichts gehört was fabian gesagt ich nicht ja wir schneiden es raus nein ich habe nichts gehört aber ich weiß es auch nicht alles ist gut was haben wir gerade geredet irgendwie wird es langweilig kauf und zwar haben die langes haben wir schon etwas in der maschine größer zwei größere traktoren und ein ohne bd von welchem geld kann man nicht nur nicht mehr und reingehen würde ich an mir ist klappen er ist aber eine let's play will dann ist meine let's play will versaut mit titel rein hier ein anstieg drin du tschiedler mal läuft so schnell in ls 13 wie du warum hast du den doch ich ich kann auch so schnell laufen wie er kein kommentar 3 3 90 Prozent es soll so sehr gut 22 ich bin noch schon da auch kurz hast du wohl ist ein Jahr heute sollen sein Heinz holen sollen zu behaupten wo es sei ein da kommt eine andere vor es sei ich bin schon recht und voll wo bleibst du zumal so lang brauchst ja keine Ahnung und wenn ich sagen wenn jetzt noch so lang auf dass man die treffe die stunde haben ja wo bin ich er hat das tut er vor dass wir genau drei folgen und leicht nehmen wir dann im Anschluss noch das andere was auch der vor ja wir haben jetzt genau 45 Minuten gespielt okay ich kann kommen irgendwo hin wo man verabschieden okay dann muss ich zu dir ähm sagst du zu dir was soll ich zu sagen von mir aus sagt ja okay dann muss ich warte mal wählen wir jetzt die Aufnahme und hab ich auch blaue Augen oder was du auch ja das blaue Augen nein aber das kann ich ja mal unfair ich schon nein ich will auch mit Kaffee das war doch bei Timmy da auch schon so ich finde es unfair du bist immer der ohne Kaffee ja okay ähm also dann tschüss bis zum nächsten mal okay tschüss ja bis zum nächsten mal tschüss unten stuttflug so oder wollen wir mal erzählen was sie ist durch die Stromleitung aber halt wirklich voll durch die Stromleitung jawohl durch die Stromleitung perfekt Stromleitung ist doch immer das Beste ich möchte mir recht mal einen neuen Computerlasten wie viel Arbeitsspeicher hat dein momentan zwei wie viel Gigahertz Prozessor 2,4 oder 3,2 nein 2,4 müsste er haben okay also dein Arbeitsspeicher ist ja bescheiden ja deswegen haben wir einen Formel 8 oder 4 Gigabyte zu kaufen 4 reichen theoretisch also ich hab 4 und was ein i5 Götter so guck 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 da sollte schneller arbeiten hop 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 es mussten er bandits immer universe ein von der mä Dank ist ich hab dann schnappen entlassen und ein Anhänger an hinten dran hängen an den Trecker warum her weil ich bei 30 Prozent dann würde ich sagen wenn man mich immer ein ist der hier der Bier Mürra weil der andere tut ja Dingsens also um Grubbern oder wie nennt Timi da das wie nennt Timi da Grubbern ich auch nicht nein das war Rillen in den Schneemachtding das war die Walze SRS es war die Walze es ist das Rillen in den Schneemachtdingen es ist er ist er verletzt also ich komme mit dem großen Anhänger hast du vielleicht eine Ahnung wie man mit Original Grafik rendert wie meinst du das also wir schaffen ja 1080 pt rendern also diese Grafik du meinst 1280 auf 1700 äh Quatsch auf 720 oder 1029 auf 1080 1080 weil du hast ja auch nur 1080 glaube ich oder stimmt der ist 1200 ne Quatsch 1366 ja die mache ich aber es macht keinen Sinn die unnötigen 1080p zu rendern weil mein PC weil das gar nicht aufgenommen wird und ich dabei nur Platz Zeit und alles mögliche verschwenden würde ich mache es in 1080 welche Auflösung hat ein Bildschirm 24 Zeug die ist ziemlich gut eigentlich das beantwortet aber nicht meine Frage also jeden Fall bei mir ist eigentlich die Weltqualität sehr gut und wie viele Pixel sind das muss ich in den Keller gehen ach Gott jetzt habe ich ihn hart ausgestattet und ich kann ihn soll ich entleeren wie so hat er denn ok Kinder wo ist mein Escape man hört da du du hast es wohl nicht ganz aus ich habe nichts dafür äh doch ja geht doch alles ich weiß gar nicht was ich habe gar nichts verändert ja du musst ja das Rohrblatt anschauen wenn es dann reingeht geht es wieder weiter ägyptisch es klappt durch den Traktor gerannt ich bin gestört die aber du hast auch viele Bienenhäuser eigentlich du hast mehr als ich du hast 4 oder 1 aber so habe ich so schön platziert da bin ich so stolz auf mich hier wo hast du das Bienhaus hingestellt Vornein bei die Wäsche aber nur die Kleider dann bei mir steht schön an der Straße und da muss ich in den anderen Häusern können auch nicht in die Straße nein nicht auch und die Straße ist ein Ziel da sind Egal ich schaust mir gleich an wer hat es mal gesagt dass die Wäsche weg ist ich sag das bei mir ist er da bei mir war es weg bei mir ist er da da war es weg bei mir ist bei mir sind gerade da ich habe schon lange keine mehr weiß ich nicht warum na gut bei mir ist er